Ja, und dann kommen wir zu einer großen Entscheidung. Dass ich mich für keinen entscheiden werde. Ehrlich gesagt habe ich dadurch, dass ich ja die zwei Einzel-Dates mit ihm gehabt habe und auch das letzte natürlich sehr, sehr romantisch war, mir wirklich schon Hoffnungen gemacht. Da kommst du jetzt ja nichts dafür. Aber von meiner vorigen Liebe, sie war genauso gleich alt wie du. Es waren viele Streitfragen. Ich bin halt total in den Betrieben involviert, aber für die Freizeitgestaltung habe ich nicht immer da sein können. Sie wollte diese Zeit unbedingt, sie wollte sich erzwingen. Und da habe ich jetzt ein bisschen Panik, dass du das auch so erzwingen könntest oder möchtest. Und das hat mich zutiefst getroffen damals. Und das möchte ich nie wiederholen in meinem Leben. Ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen verliebt in ihn. Also für sie war es, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr schwer.